Da es einige Monate her ist, dass ich das letzte Mal über irgendwelche Horror-Games geredet habe, dachte ich, mir ist mal wieder Zeit dafür. Auch wenn ich sagen muss, nur im Vorab, sind die Games jetzt zumindest bis zum letzten, vorletzten Tier, jetzt nicht unbedingt die creepiesten, meiner Meinung nach. Vielleicht habe ich auch eine falsche Wahrnehmung. Aber wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein paar dazu mache, wo ich wirklich verstörende Spiele nehme, dann könnt ihr mich jetzt gerne wissen lassen. Ansonsten lasst gerne ein Like da und einen Sub, um mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten zu unterstützen und einen Comment, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt und viel Spaß. Phasmophobia ist ein Indie-Survival-Horrorspiel und kennt denke ich die meisten. War ja sogar eine kleine Zeit lang damals im Hype gewesen. Als Geisterjäger muss man eben die verschiedensten Geister aufspüren, man kann das Game in einer Vierertruppe spielen, man sieht in dem Game auch alles Mögliche, was man eben auch oft aus Filmen kennt, wie Voodoo-Puppen oder auch sowas wie ein Ouija-Brett. Also was sieht man da? Es gibt auch die verschiedensten Wesen, wie normale Geister, Dämonen und auch Päutergeister. Und das ist es eigentlich auch. Auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Ich denke so gut wie jeder kennt wirklich Left 4 Dead. Es gibt so viele Überlebende, Zoe, Bill, Francis und Louis. Sie versuchen eben die Zombie-Apokalypse zu überstehen und man geht halt die verschiedensten Szenarien durch in den verschiedenen Gebieten. Dabei wird man eben von hunderten Horden von Zombies und andere Infizierte angegriffen. Ich weiß um ehrlich zu sein nicht, warum so viele große Fans von Five Nights at Freddy's sind. Ich finde es irgendwie nicht so pralle, ist nicht so meins. Und die Reihe hat auch eine, soweit ich weiß, sehr große Hintergrundgeschichte, die ich nicht komplett erklären kann. Auf jeden Fall, William Afton gründete in den 80ern ein Unternehmen namens Fastbear Entertainment und zusammen mit seinem Partner Henry erschufen sie die ersten Animatronics. Nur irgendwann gab es Unfälle, sodass Darsteller, die sich in den Kostümen davon befanden, lebensgefährlich verletzt haben. Und dass immer wenn diese Animatronics gemietet wurden, verschwanden Kinder. Und es fiel Besuchern auf, dass Blut und anderes an den Animatronics dran war. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil der ganzen Story in dem Game. Und man befindet sich hier eben zum Beispiel in den ersten drei Teilen in einer Art Büro, wo man eben Nachtschicht hat. Man hat da auch so eine Überwachungskamera, wo man alles überwachen kann. Aber ich glaube, das wisst ihr sowieso. Und man muss die Nacht eben überleben. Aber wie gesagt, das alles ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von echt viel. Falls hier einer ist, der ein Five Nights at Freddy's Fan ist und ich irgendwas daran falsch erklärt habe, dann tut es mir leid, aber das ist das, was ich finden konnte. Die Handlung von Binding of Isaac basiert auf der gleichnamigen biblischen Erzählung von Bindung Isaacs. Und die Bindung Isaacs ist eben eine biblische Erzählung, wie gerade schon erwähnt, aus dem Alten Testament, wo Gott Abraham befiehlte, seinen Sohn Isaac zu opfern. Doch an der Opferstätte wird er von einem Engel zurückgehalten, dies zu tun. Und daraufhin wurde Abraham für seine Gottesfurcht belohnt. Und in dem Spiel geht es eben um einen Jungen namens Isaac. Er und seine Mutter leben friedlich zusammen. Und aus heiterem Himmel hört die Mutter von Isaac eine Stimme von oben, die sagt, dass ihr Sohn von Sünde verdorben sei und er gerettet werden müsste. Die Stimme verlangt halt auch von der Mutter, alles Böse von Isaacs zu entfernen, woraufhin seine Mutter ihm seine ganzen Sachen wegnimmt, Spielsachen und sogar seine Kleidung. Die Stimme redet immer wieder zu der Mutter und jedes Mal hört sie auch auf die Stimme und sperrt ihn sogar auch in seinem Zimmer ein. Nur dann verlangt die Stimme von der Mutter, dass sie ihren Sohn killen müsste. Die Mutter gehorcht, sie geht mit dem Messer in sein Zimmer, nur ist er in eine Falltür in seinem Zimmer hinuntergesprungen und man kriegt dann das ganze Spiel hinüber, Szenen, wie er zusammengekauert da liegt und generell sehr viele traurige Szenen und man hat insgesamt elf Endsequenzen, die nacheinander beim Durchspielen angezeigt werden. Ich weiß noch genau, dass 4 mein allererstes Playstation 3 Game war und ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht und 4 heißt ausgesprochen First Encounter Assault Reckon. Man spielt ein Mitglied einer Spezialeinheit, die in einer Stadt geschickt werden, um eine Privatarmee zu stoppen. Die gegnerischen Soldaten werden unter anderem von Paxton, der telepathische Fähigkeiten hat, mehr oder weniger kontrolliert und kurz danach wird die Spezialeinheit, in der man sich befindet, also die Person, die man spielt, gekillt von dem Mädchen in einem roten Kleid. Doch nur wir, der, also der Protagonist, überlebt. Und daraufhin säubern wir im Alleingang alles und es wird festgestellt, dass es geklonte Soldaten sind. Und wir müssen dann herausfinden, was mit dem ganzen Stuff, was da passiert, auf sich hat, was mit dem Mädchen auf sich hat, den Typen, der telepathische Kräfte hat und so weiter. Die Reihe hat auch 3 Teile, vielleicht ist es was für euch. Ich denke, viele kennen dieses Spiel, hatte ja mal sowas wie einen kleinen Hype gehabt und die Hauptfigur in Little Nightmares ist ein kleines Mädchen namens Six, welches im sogenannten Schlund gefangen gehalten wird. Sie versucht von da zu entkommen und wie ihr sehen könnt, ist sie ziemlich im Vergleich zu den anderen Objekten klein und das macht es für sie auch um einige schwieriger, von da abzuhauen und sie muss im Prinzip die verschiedensten Hürden überwinden, um eben von da wegzukommen. Und bis auf eine komische Atmosphäre würde ich nicht behaupten, dass das Spiel irgendwie krass creepy wäre oder sowas. Hier handelt es sich um Mind Survival Horror, wo der Spieler die Rolle von Simon Jarrett übernimmt, der im Jahr 2015 nach einem Autounfall gesundheitliche Probleme hat und sich Untersuchungen unterzieht. Nur laufen die Untersuchungen nicht so, wie man es sich vorstellte und Simon findet sich in einer Welt wieder, wo alles voller Maschinenwesen ist und man erfährt dann halt auch so Sachen wie, dass er sich gerade zum Beispiel in einer Forschungsstation befindet, dass die Menschheit durch einen Kometen ausgelöscht wurde und man erfährt auch, dass der Hauptcharakter selber, Simon, eine Kopie eines Menschen ist und sie wollen halt noch andere Geheimnisse auf den Grund gehen und mit Catherine, die er kennenlernte, wollen sie eben alles entdecken, was es da zu entdecken gibt. Aber das ist es eigentlich auch. Hier ist es meiner Meinung nach nicht wirklich spektakulär. Es ist ein Koop-Shooter, in dem man in zufälligen Living gegen komische Pflanzenmonster antreten und kämpfen muss, die sogenannten Saat, denn die haben die Erde übernommen und die letzten Menschen, die überlebt haben, leben sehr versteckt und wagen sich nur heraus, wenn sie die Chance haben, eins von diesen Viechern zu besiegen. Die Story spielt in der Greenwood High School und es geht um Wei und Ray, zwei Schüler der Schule und der ganze Ort verändert sich immer weiter auf einer sehr schaurigen Art und Weise und wird auf einmal von seltsamen Kreaturen heimgesucht, die als die Hinterbliebenen bekannt sind. Während die beiden sich verstecken, enthüllen sie Geheimnisse, die langsam die gruselige Vergangenheit der Schule aufdecken. Und das alles spielt in Taiwan im Jahr 1960, während der Zeit des Weißen Terrors. Es gibt 10 Stages, könnte man sagen. Man begegnet Untote, die Shibito genannt werden. Man kann Items finden, die einem einen Einblick in die Story geben oder mehr in den Hintergrund der Geschichte. Während des Spiels bekommt man auch sowas wie eine übernatürliche Fähigkeit namens Side-Jacking, die erlaubt es einem, einen Shibito oder eine generelle andere Person aus seiner Perspektive zu sehen und zu pingen. Aber das ist auch eigentlich das Relevanteste an dem Game, finde ich. Die Gegner sind Shibito und man muss durch 10 Stages. Also, ja. Die Geschichte spielt auf der Gefängnisinsel Carnet Island, die sehr an Alcatraz erinnert. Und hier befinden sich fast nur Schwerverbrecher. Und wir, die das Spiel spielen, nehmen die Rolle von Tork ein. Keine Ahnung, ob das richtig ist, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Und dieser wird am Anfang des Spiels in den Todestrag eingeliefert, weil er seine Familie gekillt haben soll. Und nachdem er seine Zelle wieder betrat, fängt die Erde an zu beben. Man hört die übelsten Todesschreie. Und irgendein Wesen hilft dem Hauptcharakter aus seiner Zelle, sodass dieser flüchten kann. Und dann erfährt man, was da eigentlich wirklich los ist. Denn die Insel wurde von irgendwelchen seltsamen Kreaturen überrannt, die alles andere als gut drauf sind. Und man kann nicht mehr so ganz unterscheiden, was real ist und was nicht. Und auf dem Weg, die Insel zu verlassen, gibt es viele Schlüsselszenen, in denen man sich für die gute oder die böse Seite entscheiden muss. Was auf jeden Fall cool ist. Und man kann das Spiel auch in einer Ego- oder Third-Person-Perspektive spielen. Was für ein Spiel aus 2004 gar nicht mal so oft vorkommt. Hier geht es mal um ein Erzähler-Rollenspiel. Und das Hauptinteresse des Spiels liegt darin, eine düstere Atmosphäre zu verschaffen. Und darum, eine sehr interessante Geschichte zu bilden. Man beobachtet mehr oder weniger den Verfall mancher. Und der Kreierung. Oder den Prozess. Wie auch immer. Wie aus einem normalen Menschen ein Monster, also Vampir wird. Es gibt hier und da auch Menschen in dem Spiel. Aber grundlegend sind fast alle Vampire. Es gibt auch sehr viele Vampire. Zum Beispiel die Nosferatu. Die sehr hässlich und abstoßen sind. Aber das ist nur eine Art von sehr, sehr vielen. Aber ich glaube, hier muss man sich wirklich reinfuchsen, um das alles zu verstehen. Ich glaube, das werden die wenigsten aber machen. Denn das Spiel ist aus dem Jahr 91. Und deswegen denke ich nicht, dass die meisten irgendwie hier ein Interesse hätten. Sally Face ist ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure-Game. Man muss unter anderem ein Puzzle und sowas lösen. Und man hat insgesamt 5 Episoden. Strange Neighbors zum Beispiel ist die erste. Wo man immer mehr über die Story und den Hauptcharakter erfährt. Finde ich leider nicht wirklich interessant, um ehrlich zu sein. In dem Spiel spielt man Susan Ashworth, eine alleinstehende Frau im mittleren Alter, die nicht mehr wirklich mit sich und ihrem Leben klarkommt. Und ihr einziger Besuchspunkt sind die Kassen aus der näheren Umgebung, die immer wieder bei ihr rumstreunern. Aber am Anfang, wo das Spiel begann, hatte sie versucht, sich selber zu killen. Und der Sinn hinter diesem Spiel besteht darin, alles über sie und um sie zu erforschen. Und mir trotz einen Rückschlägen, die sie erleiden musste, eine Perspektive fürs Leben zu geben. Irgendwie ziemlich traurig. Man kann zwischen drei Charakteren auswählen und dann geht's auch schon los, dass man herausfinden muss, was der Grund für die sogenannte Sandplage ist, was die Stadt eben befallen hat. Es gibt nur diese eine Story. Und auch wenn es drei Charaktere gibt, sieht man die ganze Story im Prinzip aus einem anderen Winkel, aber alles ist derselbe Ablauf. Aber immerhin gibt es viel verschiedene Enden, die wiederum teilweise auf die Charaktere zurückzuführen sind. Das ist aber auch eigentlich alles. An sich die Story ist komplett gleich, nur das Ende variiert je nach Charakter. Hier spielt man den FBI-Agenten Francis Morgan, der bei einem Mordfall an seiner Frau namens Anna ermittelt. Ihm werden die ganzen Infos von dem Polizeichef mitgeteilt, damit er auf dem Stand ist. Nur erfährt man kurz danach, dass Francis, den, den man eben spielt, dass der auch eine zweite Persönlichkeit hat, namens Zack. Oft in dem Spiel weiß man nicht genau, ob Francis mit seiner zweiten Persönlichkeit redet oder mit dem Spieler, also in dem Fall ihr. Und das Spiel hinüber erfährt man eben immer mehr über Francis, seine zweite Persönlichkeit und mit dem Mord seiner Frau. Haunting Ground ist ein Survival-Horror-Spiel, das 2005 herauskam und nur für die PS2 erschienen ist. Nach einem Autounfall mit ihren Eltern erwacht Fiona in einem Käfig. Sie kann sich zwar befreien, muss aber ab diesem Zeitpunkt nur flüchten, vor den verschiedensten Leuten. Sie bekommt aber Hilfe, aber nicht von einem Menschen, sondern von einem weißen Schäferhund namens Huey. Sie befreit ihn und daher bleibt er auch an ihrer Seite. Hier ist es nicht so, dass irgendwelche Monster, wie bei den anderen Games, die ich davor schon genannt habe, sie verfolgen, sondern es sind unter anderem zum Beispiel ein zurückgebliebener Typ namens Dibilitas, ein Wächter namens Ricardo und noch einige mehr. Ja, also Menschen. Waffen hat sie auch nicht, nur der Hund kann ihr in manchen Situationen helfen, was ich irgendwie cool finde. Ist mal was anderes. Und was auch cool an dem Spiel ist, meiner Meinung nach, Fiona ist eine Figur, die extrem schnell Panik kriegt, wenn sie konfrontiert wird. Und sobald das passiert, lässt sie sich nicht mehr normal steuern, sondern viel schwerer. Und das für ein Game, was 2005 rauskam, finde ich so eine Kleinigkeit irgendwie cool, weil das hat man echt nicht oft. Ein PS1-Spiel aus dem Jahr 90. Man befindet sich in einer Art Dungeon und man kämpft dagegen zum Beispiel irgendwelche spinnartigen Viecher und noch anderes. Man sucht nach Fallen, Waffen und andere Items, um sich eben zu equippen. Man spielt Russ Hardy, einen Söldner. Und man befindet sich nur in dieser Unterwelt, da die echte Welt irgendwie da reingezogen wurde. Er, also Russ, der Hauptcharakter, lernte einen alten Mann kennen, der ihm ein Schwert gibt, da nur dies die Viecher, die er eben begegnet, kennen kann. Ein japanisches Spiel, was eine deutsche Stadt mehr oder weniger im Spiel nachgebaut und eben anders genannt hat. Im Spiel heißt sie Lebensbaum, aber in echt sieht sie stark nach einer kleinen Stadt in Bayern aus. Aikikush ist der Hauptcharakter, der wird, nachdem er aus einem Café kommt, erstochen von hinten. Auf einmal wacht er in einem dunklen Raum auf und eine Stimme sagt ihm, dass sie ihm helfen kann, herauszufinden, warum er sterben musste. Das wiederum kann ihnen helfen, ungeschehen zu machen, was passiert ist. Er muss nun in die Sides zurückreisen, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Auf einmal wacht er wieder in dem Café auf, wo dieser Unfall passiert ist und muss ab diesem Zeitpunkt herausfinden, warum es passiert und wieso. Klingt gar nicht mal schlecht. Im Prinzip nimmt man in dem Spiel die Rolle eines Profikillers mit multipler Persönlichkeit ein. Harman Smith, ein alter Mann, der in einem Rollstuhl gebunden ist, ist eben der mit den sieben Persönlichkeiten. Je nach Lust und Laune kann er sich aussuchen, welchen Killer er jetzt sein will und jeder hat eine andere Fähigkeit. Hier wacht man ein wenig zugerichtet und ohne Erinnerung in einer Anstalt auf und man muss versuchen herauszufinden, was passierte, denn das Personal, was sich da befindet, ist nicht wirklich hilfreich und gesprächsbereit und man springt halt einige Male in die Vergangenheit hin und her und kriegt immer wieder Erinnerungen, nur um festzustellen, dass, wo man dachte, dass es die Vergangenheit wäre, es eigentlich die Gegenwart ist. Also das Spiel ist eher so ein richtiger Mindfuck. Das alles spielt in Chicago und alles ist im Nebel umschlossen, erinnert mich ein wenig an Silent Hill und es gibt recht viele Monster und man muss ähnlich wie bei anderen Spielen auf der Liste eben der Sache auf den Grund gehen, warum das alles so passiert, wie es passiert. The Convenience Store ist ein japanisches Horrorspiel, wo es um eine College-Studentin geht, die gerade Nachtschicht hat und das Spiel von dem, was ich mir angeschaut habe und durchgelesen habe, soll einen angeblich verrückt machen. Die Atmosphäre und die realistischen Darstellungen sollen erschreckend sein und es gibt zwei Enden, ein gutes und ein schlechtes. Mittendrin taucht auf einmal eine Frau oder ein Mädchen auf, die ein wenig Ähnlichkeit mit Samara aus The Ring hat und generell passieren da einfach seltsame Sachen das ganze Spiel hinüber. Das Spiel sieht echt nicht scheiße aus, aber geht leider auch nur 30 Minuten bis zu 100 Stunden, je nachdem wie schnell man natürlich fertig ist. Ein Junge erfährt durch eine Reihe von Halluzinationen, dass er ein Psychopath ist bzw. im Alter werden würde und die Frage ist, kann man sein sogenanntes Schicksal ändern oder ist er verloren? Und in dem Spiel generell geht es vielmehr um mentale Schwäche, unwohle Situationen, depressiv sein, also wenn ihr irgendwie in so einer Art und Weise geprägt seid bzw. sensibel seid, ist das Spiel auf keinen Fall was für euch, auch wenn es nicht wirklich brutal oder sowas ist. Das allererste Horrorspiel, was von Ubisoft herausgegeben wurde, ein Survival-Horrorspiel in der Third-Person-Ansicht, Hauptcharakter Tom Hansen, ein Mitglied der United States Coast Guard, der findet einen Parasiten, der die Crew auf dem Schiff zu Zombies mutieren lässt und man erfährt, dass da die russische Mafia und die CIA mit involviert sind und man muss erstens überleben und zweitens versuchen, dass der Parasit nicht an Land kommt und man ihn davon besiegen kann. Hier geht es wieder um einen Point-and-Click-Game, es geht um einen Mann namens Rin, der seine Seele verloren hat. Er hat sich die Seele von einem seiner Freunde geliehen, für knapp 50 Tage, um einen Ort namens Tong Nu zu finden, um dort neunmal zu sterben und wiedergeboren zu werden, damit er seine Seele wiederbekommt. In Dust Mania Grotesque geht es um einen verrückt gewordenen Wissenschaftler, der gewisse Experimente an Menschen testen will und sein erstes Versuchskaninchen ist eine ehemalige Coworkerin von ihm. Er kidnapt sie und spritzt ihr Beruhigungsmittel in den Körper. Sie wacht auf und befindet sich in einem Operationsraum, aber gefesselt. Und dann hält er ihr eine Rede von dem, was er vorhat. Sie sei sein Versuchskaninchen, er will die Menschheit weiterentwickeln, er will die Welt zu einem besseren Ort machen und all so'n Scheiß. Und ab dem Punkt höre ich auf mit dem Erklären, weil es wirklich widerlich wird, in verschiedene Richtungen, ob sexuell oder andere Sachen. Und bei der Suche nach Informationen für dieses Spiel habe ich einen Typen gefunden, was ich jetzt nicht einblenden werde, aber der dieses Spiel richtig geil fand und es damit beschrieb, dass es seine Fetische ansprechen würde. Und was in diesem Spiel passiert, ist alles aber nicht legal. Dementsprechend sollte man den Typen normalerweise dafür anzeigen, aber, ja, Kuhei Kagami, ein japanischer Student mit einem normalen Leben und super Noten. Aber trotzdem fühlt er sich unsichtbar. Es würde man ihn gar nicht wahrnehmen. Und es dreht sich um einen Hauptpunkt in seinem Leben, wo er drei Mädels kennenlernt, die ihm von ihren Problemen erzählen. Die um einige schlimmer sind als seine eigenen. Was ihm persönlich eine ganz schöne Emotionsschlag, sage ich mal, beliefert. Und Kuhei muss eine von den dreien, namens Aeka, Mizuki und Nekoko, vor ihrer Versweiflung retten, aber leider nur eine von drei. Und die anderen bleiben in ihrer Versweiflung zurück. Hier, wie vorhin, bei Eastern Mind, ein Point-and-Click-Game. Man sieht einen Haufen komische Maschinen oder Maschinenwesen. Der Spieler kontrolliert oder spielt einen kleinen Roboter. Seine Aufgabe ist es, eine Gestalt, die Shadow heißt, zu finden und aus der Welt, in der man sich da eben befindet, zu entkommen. Beschrieben wurde das Spiel als sehr unangenehm zum Zuschauen und zum Spielen. Nur weiß ich nicht genau, warum, um ehrlich zu sein. Weil ich habe mich da mal ein bisschen rumgeguckt und ich finde eigentlich genau das Gegenteil. Hier brauche ich nicht viel drum rumreden. Hier hat sich einer einen Joke erlaubt. Ob der nun lustig ist, wage ich zu bezweifeln. Denn hier wurde ein Spiel kreiert, wo der Prophet Muhammad ohne Kleidung am Leibe dargestellt wird. Und dann werden gewisse sexuelle Sachen gemacht. Nur ist da auch eine Ziege und andere Männer und sogar ein Schwein involviert. Wer auf die Idee kam, da frage ich mich wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Sub, Like und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.